Ich lerne Deutsch Ich lerne Deutsch Jauču Niemalsku Nummer 188 Nummer 188 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Не забудьте подписаться на цей канал. Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag Mein Freund wohnt weit entfernt und besucht mich an jedem Wochenende. Heute ist Samstag Je länger ich in diesen Schuhen laufe, desto mehr scheuern sie an meinen Füßen. Je länger ich in diesen Schuhen laufe, desto mehr scheuern sie an meinen Füßen. Je länger ich in diesen Schuhen laufe, desto mehr scheuern sie an meinen Füßen. Чем dovrше я хочу в цьому взутј, тем більше воно натераје моји ноги. Diese Schuhe bringen mich um. Ich kann darin nicht laufen. Ці черевики мене вбывають. Я не можу в ньому ходити. Я більше ніколи не куплю таке взуття. Я віддаю перевагу ходити босоніж. Я на кладу пластер на хворе місце. Zweck der Vorsorgeунtersuchungen bei Kindern ist ё Є фрюякенніңundбеhандлун fon кранк hacer у Estaизipěnuks haцет. Auch Kindern sollte beigebracht werden, regelmäßig Wasser zu trinken. Auch Kindern sollte beigebracht werden, regelmäßig Wasser zu trinken. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Nach der Untersuchung beim Kinderarzt kauft Mama mir immer ein Eis. Eine kleine Brücke führt über eine Wiese und einen Teich mit Fischen und Enten. Eine kleine Brücke führt über eine Wiese und einen Teich mit Fischen und Enten. Mitten im Teich ruht ein Entenpaar auf einem Baumstamm. Mitten im Teich ruht ein Entenpaar auf einem Baumstamm. Die fröhliche Frau macht ein Friedenszeichen mit ihrer linken Hand. Ich habe mir eine besondere Überraschung für meinen Mann ausgedacht und hoffe, dass er es mag. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Ich baue Sonnenkollektoren auf das Dach des Hauses. Das Dach ist nach Süden ausgerichtet. Auch auf dem Dach der Garage werden zusätzliche Sonnenkollektoren installiert. Auch auf dem Dach der Garage werden zusätzliche Sonnenkollektoren installiert. Bei diesem warmen Wetter hilft eine Abkühlung im Pool. Bei diesem warmen Wetter hilft eine Abkühlung im Pool. Ich habe mich schon wieder verspätet und renne so schnell ich kann die Straße hinunter. Ich habe mich schon wieder verspätet und renne so schnell ich kann die Straße hinunter. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Nach der Ernte liegen die Heuballen zur Abholung auf dem Feld. Diesmal werfe ich den Ball mit Leichtigkeit in den Basketballkorb. Das sieht gut aus. Der Ball wird in den Korb treffen. Das sieht gut aus. Der Ball wird in den Korb treffen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der Ball wird in den Korb treffen. Das sieht gut aus. Der Ball wird in den Korb treffen. Gemüse kaufen wir nur noch selten im Supermarkt. Das meiste wächst in unserem Garten. Manches Gemüse essen wir roh, dann sind noch alle Vitamine und Mineralien drin. Manches Gemüse essen wir roh, dann sind noch alle Vitamine und Mineralien drin. Möchtest du auch eine Karotte aus unserem Garten essen? Für den Winter habe ich genug Vorrat an Gemüse und Obst in Gläsern. Für den Winter habe ich genug Vorrat an Gemüse und Obst in Gläsern. Wenn du möchtest, kannst du auch zwei verschiedene Gläser haben. Wenn du möchtest, kannst du auch zwei verschiedene Gläser haben. Wenn du möchtest, kannst du auch zwei verschiedene Gläser haben. Das Wasser im Pool ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung für alle. Das Wasser im Pool ist an heißen Tagen eine willkommene Erfrischung für alle. Und jetzt gehst du nach oben in dein Zimmer und bringst es in Ordnung. Und jetzt gehst du nach oben in dein Zimmer und bringst es in Ordnung. Und jetzt gehst du nach oben in dein Zimmer und bringst es in Ordnung. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir sollten diese Baustelle innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen. Es hat schon zu lange gedauert. Es hat schon zu lange gedauert. Wir sollten diese Baustelle innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen. Es hat schon zu lange gedauert. Wir müssen diesen Baustelle innerhalb der nächsten vier Wochen abschließen. Es hat schon zu lange gedauert. Es ist zu kompliziert. Ich bin müde. Ich gebe auf. Es ist zu kompliziert. Ich bin müde. Ich gebe auf. Es ist zu kompliziert. Ich bin müde. Ich gebe auf. Es ist zu kompliziert. Es ist zu kompliziert. Ich bin müde. Ich bin müde. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Hier am Fluss ist es sehr angenehm, denn es weht immer eine frische Brise. Daran habe ich meine Zweifel. Deine Antwort gefällt mir wirklich nicht. Daran habe ich meine Zweifel. Deine Antwort gefällt mir wirklich nicht. Daran habe ich meine Zweifel. Deine Antwort gefällt mir wirklich nicht. Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Ich möchte mir gerne die Landschaft von oben ansehen. Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Ich möchte mir gerne die Landschaft von oben ansehen. Kann man auf den Leuchtturm hinaufsteigen? Ich möchte mir gerne die Landschaft von oben ansehen. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. Du brauchst mich nicht hier abzuholen. Ich nehme mir ein Taxi. Das ist absolut kein Problem. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Am Black Friday verkaufen viele Einzelhändler Artikel viel billiger als sonst. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. Heute beschäftige ich mich hauptsächlich mit effizienter und sparsamer Beleuchtung in Büros. In Deutschland trainieren 26% der Frauen gelegentlich in einem Fitnesscenter. Die häufigste Altersgruppe liegt dort zwischen 20 und 29 Jahren. In Deutschland trainieren 26% der Frauen gelegentlich in einem Fitnesscenter. Die häufigste Altersgruppe liegt dort zwischen 20 und 29 Jahren. Eine junge Künstlerin malt mit Pinsel und Palette auf einer Staffelei. Eine junge Künstlerin malt mit Pinsel und Palette auf einer Staffelei. Eine junge Künstlerin malt mit Pinsel und Palette auf einer Staffelei. Diese Birke hat dicke, bemoeste Wurzeln. Diese Birke hat dicke, bemoeste Wurzeln. Diese Birke entwickeln sich gut bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich studiere Architektur. Diese Woche entwerfe ich ein Einfamilienhaus. Ich habe den Roman bis zum Ende gelesen. Ich habe den Roman bis zum Ende gelesen. Ich schneide die Paprika für unsere Mahlzeit. Ich schneide die Paprika für unsere Mahlzeit. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Magst du frischgebackene Waffeln mit roten Himbeeren und Minzblättern? Magst du frischgebackene Waffeln mit roten Himbeeren und Minzblättern? Magst du frischgebackene Waffeln mit roten Himbeeren und Minzblättern? Magst du frischgebackene Waffeln mit roten Himbeeren und Minzblättern? Fährt dieser Bus in die Innenstadt? Ich muss zum Bahnhof. Fährt dieser Bus in die Innenstadt? Ich muss zum Bahnhof. Fährt dieser Bus in die Innenstadt? Ich muss zum Bahnhof. Dieser Bus geht in die Innenstadt. Wir müssen zum Bahnhof gehen. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Die Industriekletterer arbeiten an einem modernen Gebäude im Freien. Wir brauchen Kohl, Kopfsalat, Karotten, Gurken und Rüben. Hast du alles eingepackt? Wir brauchen Kohl, Kopfsalat, Karotten, Gurken und Rüben. Wir brauchen Kohl, Kopfsalat, Karotten, Gurken und Rüben. Hast du alles eingepackt? Wir brauchen Kapusta, Salat, Morkwa, Ohirke und Burek. Wir haben alles gepackt. Auf der Deponie wird der Abfall von einer schweren Maschine zerkleinert und verdichtet. Auf der Deponie wird der Abfall von einer schweren Maschine zerkleinert und verdichtet. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar, also habe ich sie sofort gekauft. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar, also habe ich sie sofort gekauft. Es waren nur noch wenige Tickets online verfügbar, also habe ich sie sofort gekauft. Der Kinderwagen ist praktisch, da er mit nur einer Hand zusammengeklappt werden kann. In dieser Gegend war ich noch nie. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich habe kein Navi und habe mich verfahren. In dieser Gegend war ich noch nie. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich habe kein Navi und habe mich verfahren. In dieser Gegend war ich noch nie. Hier kenne ich mich nicht aus. Ich habe kein Navi und habe mich verfahren. Ich habe viel von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt. Sie haben mir auch gezeigt, wie man Kuchen backt. Ich habe viel von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt. Ich habe viel von meiner Oma und von meiner Mutter gelernt. Sie haben mir auch gezeigt, wie man Kuchen backt. In meinem Restaurant biete ich den Gästen traditionelles japanisches Sushi an. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer nur auf sein Smartphone. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer nur auf sein Smartphone. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer nur auf sein Smartphone. Mein Mann kümmert sich nicht mehr um mich. Er schaut immer auf sein Smartphone. Ich bin überrascht. Ich habe nicht mit so viel Geld für meine Arbeit gerechnet. Ich bin überrascht. Ich habe nicht mit so viel Geld für meine Arbeit gerechnet. Ich bin überrascht. Ich habe nicht mit so viel Geld für meine Arbeit gerechnet. Ich verstehe das nicht. Kannst du mir helfen? 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 und gib uns bitte ein Like und postav den Namen Like.